Unter uns sind drei Verräter. Alter, Dennis, du hast das schon wieder getan. Hab ich doch gerade eben gesagt. Ich hör dir doch nie zu, das weißt du doch. Ja, ich weiß. Warum rede ich eigentlich mit dir? Ich bin ja meine T-81 Power bestrungen. Es ging ja flott. Das hat dir wohl kein Glück gebracht, oder mein Lieber? Ich saug dazu nix. S phaikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik wer wird denn jetzt vermutet genau gerade wird xvx vermutet da stand heute x existen digitalisation na besser ist sich zumindest mehrheitlich dafür entschieden und dass er gehen und hat das spiegler verlassen und wird sie jetzt zu hause aufregen wir teamen doch nicht wenn ich in game schreibe kommen nächste runde mit weil wir uns nicht absprechen im discord die ming ist aber und leni wen interessiert das in komm es hat niemand gesehen ok hinterm cockpit ja oben oben und unten naja geben wir paroxi oder paroxi und paroxi hab ich jetzt was nicht mitbekommen ja ich war halt richtig rum paroxi na wrong das hat nur paroxi geschrieben der hat es aber nie begründet ich weiß nicht warum naja gucken wir mal rumwander rumwander kann natürlich auch sein das ist richtig jj sagt ja war ja da definitiv mal bei jj und paroxi ausgleichen so wer ist es jetzt oh ok Das war's für heute. Aber ich finde es ja gut, hier lernt man gleich was fürs Leben, Müllentsorgung, einfach ins Weltall, kümmert sich irgendwo anders irgendwo mal drum. Die Meere sind ja voll, kann ich jetzt theoretisch mein Handy Account auf dem PC, kannst du machen, musst du über die Seite von Foxy ist tot, musst du über die Seite von Among Us machen, hat Kim auch gemacht, also Vorone, musst du aber das Spiel halt für PC nochmal kaufen, wenn du es noch nicht hast, natürlich über Steam oder Epic, oder am besten über Instagram, Instant Gaming, wie es bei mir im Kanal dran steht, okay, da kriegst du es vergünstigt und ich krieg noch was davon ab, ist das nicht schön. Win-Win-Situation. Win-Win. So, wo wir es gesehen? haben wir einen Ja, Jede hat's gefunden. Wir konnten gut bleiben hier und... Ist ein bisschen sus... Dann lab wo mord bis jetzt nicht das stimmt vollkommen recht ich bin nur noch von vorne bin ich auch bei self ich glaubt auch nicht so ganz dran ja das ist dann wenn man hinterher ein Messer am Rücken hat ja auch sehr eindeutig ist ergebnis der wird sich jetzt wieder aufregen im Totenschitz ist einer von uns eigentlich schon tot denn es ist tot okay er stimmt der wurde am Anfang gekillt möchte ich kümmer mal hier wie viel ist mein Outfit wer drehen mein ganzes Outfit ich hab viel von Zara und Kick das freut mich von Amazon ein bisschen was nee bei meins ist ein reines Gaming Channel nee mein ja Ingame mein Amore als Outfit ja der ist gut oh lila wurde gefunden und Verona oh Becker und Verona Verona und Becker hat's erwischt vorhin hat Becker noch JJ beschuldigt das könnte jetzt der Rackenkick von einem Impostor gewesen sein von einem Impostor Kollegen wer hat gefunden JJS ich wollte gerade meine Tasche machen und dann sage ich die gleiche vor mir oh Marpa auch ein Elektrikyl verstehe ich da nee ja er meinte allgemein dass er nichts gesehen hat also ob der fragt ob JJS irgendwas gesorgt um ihn ja das war selber in Schuhe ja das war selber in Schuhe ich weiß aber ich hab auch ja ich hab auch ja ich hab auch ja ich hab auch ja ich hab ja das kommt ja ich hab ja jemand geliebt JJS das Spiel geliebt so war es ja anscheinend nicht ich hab kein Bock auf das Spiel gehabt bei JJ hatten wir das letzte Mal ja ausgeschnuppt ja jetzt ist die Frage was da fragt man sich immer woran hat es gelegen aber woran hat es gelegen das weiß man ja nicht so genau wenn man nicht weiß woran es gelegen hat so geht das doch Jungs schönes Ding schönes Ding ich wollte Marpa eigentlich schon früher beschuldigen du willst ihn immer beschuldigen komm ich hab nicht ich will dich auch nicht topfig machen alles gut Schutzenger oder doch ich küsste auch keinen Schutzenger, ja, ja und wir sind drei Verräter die meisten hier drinnen sind random also gerade ist die Zuschauer schall niedrig weil die Leute die zuschauen würden sind ja selbst im Game-Trainer deswegen macht das dann nicht sehr viel Sinn deswegen sind die nicht da alles klar man frisst es nicht weil komm es auch so ich bin noch nicht so ein großer Streamer und dass hier so viele Zuschauer dabei schauen werden ja das kauft ihr chinesische Amonenten möchte ich nicht ich möchte mir das schon selbst so arbeiten es war Spaß ich weiß, alles gut ja nein, na du na na wir sind hier verdächtig da ist gerade jemand gewendet ich habe nicht gesehen wer woher ist zu dir zwischen love und shield moment das wird hier wie wiki von den starken männern an der nase gerieben und dann ist hier ein schlauer einfall gekommen wie sich linie ich war das leben die sagt er was oder an die hier irgendwie war mit einem millionen ok ich hab da meine zweifel bis wirklich linie wie viel wird mir dass ich sterbe ich bin ein schutzschild in der dunklen nacht das wäre es die imposter schützen wäre auch lustig ich habe mich aber gerade so am rand gesehen ja ja ich habe gesehen dass du in jemandem war wo ich noch gesagt habe da unten ist gerade jemand gewendet und in dem umblick an die meldung ich habe noch den wend irgendwie was gesehen aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ja das kann doch nicht fest vom wend gewesen sein und nach der runde spring ich mal ganz kurz um die hecke ja 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 jetzt schon fertig ich habe mich auf profis selbst habe es gesehen sagt hat sich selber umgebracht nicht selbstmord sondern von j es hat mich behauptet sie dass j es mich umgebracht hat so gesehen selbstmord begehen also ich habe keinen grund ich habe keinen grund gerade in selbstmord zu gehen ich versuche das zu verstehen also vorona hat die leiche gesehen oder den mord gesehen genau sie hat gesehen schreibt hat gleich dort so aufgefunden genau das jetzt also ohne kanäle mit euch reden die kann sich ja sagen was sie schreibt ist halt sie hat gesehen wie er mich gekillt haben soll aber seine antwort passt doch beide und beschuldigen sie gegenseitig ich weiß es nicht ist aber keine gute antwort auf eine anschuldigung nicht leni leni ist ja nicht betroffen j es ist betroffen stell dir vor sitzt du vor gericht gleichstand sind sie betrunken auto gefahren ich weiß nicht guter sagt lässt dann aber viel zu weil wenn du es nicht mehr weiß dann hat sie doch was im tee du kannst einfach nur müde gewesen sein auch das ist möglich wo ist denn der dark angel ich fliege hier rum du meinst du war ja wahrscheinlich vorona vom design oder was ist aber eine fledermaus hast du dich gerade noch gemeint dass du den eller beschützen willst der gut geklappt ne hier drüben im gang eskaliert noch rubschrauber der dreht hier wie vorrück durch das ist mal einer der ist aufgestürzt ja aber der dreht sich halt noch fleißig rum tut mir leid ach muss dir doch nicht leid tun also ich hab schon ADAC angerufen aber die brauchen wir sehen ja die gelben mängel haben wir ohne längere leidung ja gerade für die kopfdach ich hab da was gesehen ich hab da was gesehen also orange steht weiterhin einfach regungslos im Cafeteria dns und leni sind tot schwerer ok caps lock ist immer ein zeichen dafür dass es richtig ist dann muss es stimmen wer schreit hat recht wie war das wer im lautsten streit hat immer recht ja also noch rein und zack da haben rote musst du dran glauben boah wie kimm auf die tasse dummer rote das hört man im hintergrund ja ja sie sitzt ja neben mir aber jetzt sage ich mal ich haul nicht ich haul nicht mal drauf ich probiere schon gerade die untermehrungen sind sehr gut wahrscheinlich ist das noch leise war hier es ist nicht laut das ist wirklich nicht laut aber ich hab ein sehr gutes mikrofon hier das ist mein äh mein ipad wie gut ich nicht wo mein pc gerade zum aufrüsten ist also zum einlaufen ich hab hier ein rote prokost also das bringt schon ein bisschen mehr was mehr laune lautsteller diese aussage ich stand da ganz unschuldig am eingang natürlich es ist schon mal raus und wollen ja in der nächsten runde woran rausschmeißen vor allen dingen war es zwei monate alt und ich habe bis 90 euro billiger bekommen über ebay kleiner sein nicht so schön und da habe ich mich noch mal gemacht okay 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 gut Lebt noch wer von uns? Worona nicht mehr. Herr Struppi müsste doch leben. Ich lebe noch. Ja, Herr Struppi ist auch noch da. Hier kam gerade orange in der Mitte und die Bäcker kam mir gerade gegen. Noch nie so viel. Jetzt erinnert mich an die eine Geschichte, wo der eine so gelogen hat, dass er einen Professortitel hat, obwohl er nicht mal irgendwie studiert hat oder irgendwelche Folgnisse oder irgendwas vorweisen konnte und dann 19 Jahre da in der Klinik als Oberarztfälle arbeitet hat. Also wenn du so gut lügen kannst, dann... Na gut, der hat nicht nur gelogen, der hat dann aber auch ein paar Zertifikate geflascht. Und Urkundenfälschung steht da schon ein bisschen höher als Lügen. Das ist genau wie wenn der Corona-Zettel fällt. Macht sowas nicht. Richtig. Das kann euch ziemlich teuer zu stehen kommen. Haben sie auch wieder erhöht, oder? Ich glaube bis zu 15.000 Euro. Keine Ahnung. Das Thema Corona ist bei mir hier im Stream eigentlich tabu, weil ich nicht so ein Politikum hier bieten möchte. Ich weiß, man quatscht dann hier, wie würde man immer nur auf Freunden quatschen, das ist schon klar. Wir sind halt immer noch live, das musst du halt immer mit bedenken. Alles gut, alles gut. Ich arbeite mich da rein. Ist alles vollkommen in Ordnung. Bäcker fliegt. Bäcker. Oh, das war nicht ganz koscher. Kann nicht mehr den schützen sollen. Am besten fliegst du mal den Kühner noch. Hatten wir zwei oder drei Impostor? Ich flieg dir noch. Das kann ich dir nicht sagen. Eigentlich drei ja theoretisch bei 14 Leuten. Ja, drei noch. Noch drei dann ist noch. Ups. Ich vermute mal, die Runde ist gleich vorbei. So aber schnell mal. Mach das mal. Was ist denn hier los? Das sieht aus wie ein XXL-Geist. Guck doch mal. Du hast die beiden Körper, die Rucksäcke, sehen aus wie Arme. Na, Strobi, war es schön, uns irgendwo zu bringen? Ja. Sag ich mal. Wo hast du Tim gelassen? Wo hast du die Runde in diesem Moment? Dort sind die Dreiweiter. Oh, Lenin ist raus. Was, Lenin? Lenin ist raus. Lenin. Nicht Lenin. Lenin Klum ist raus. Manche Tasks sind hier echt ganz cool gemacht. Manche machen echt richtig Spaß. Also wir spielen auch am liebsten halt die erste Quest, also die erste Karte. Macht halt definitiv mehr Laune als die anderen Karten. Ja. Na, die anderen hab ich gar nicht angespielt. Wir haben die alle mal gespielt, aber... Die war nicht so geil. Habt ihr jetzt doch gleich Rostüm angezogen? Ja, Dennis hat mich wieder kopiert, ja. Das haben wir schon länger an. Und hat dann so einen hellen roten Ton, damit das kaum auffällt. Ich musste grad hinterherlaufen. Ich muss jetzt kein Format labern. Nicht, dass wir ein Format labern, ne? Und das war so, wer mich gefüllt hat. Jetzt auf einmal Strubi. So viel Zeit muss sein. Ein bisschen verwirren. Oh, noch nicht. Brubel würde auch noch gehen. Später schreib ich's dann wieder Strubi mit Doppel-P. Warum sind in den ersten Augen eigentlich schon fünf Leute tot? Nur weg. Weil statt vier Leute geleakt sind. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Das ist mein Schade. Zurück zum Saal, Robert. Schön, dass wir sehr viel D haben, Strubi. Ja, das hab ich auch gerade. Hast du die anderen überhaupt noch einen Schirm? Außer die TS-Leute? Irgendwie nicht so. Irgendwie ja immer nur die TS-Leute sind dran. Mhm. Sind zwar Discord-Leute, aber egal. Ich hätte gerne einen Blumenstrauß. Corona. Ich nenne dich wohl Nona. Das kann ich mir besser machen. Nein. Ich bin kein Pokémon. Nona hört sich aber gut an. Ja, aber, äh... Ja. Hat sich halt die Nelo eingebürgert seit. Überall 2020. Kannst du mich hochrollen, ne? Geht auch. Wie, Olli? Rolle. 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 Achso, Rolle. Wie die Rolle? Rolle. Prinzen Rolle und sowas. Nur halt ohne Prinzen. Robbe. Mach die Robbe. Nee, ich mach nicht die Robbe. Ich ziehe aus wie eine, aber das ist was anderes. Rolle, mach die Robbe. Nein. Peter sagt nein. Aber wir sagen ja. Mach die Robbe. Robbe. Mach die Robbe. Ich sag dazu nur ein was. Ja. So als 100.000 Abos Special. Okay, wir kommen erst mal auf die 100.000, dann reden wir darüber. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich das sehe. Darf ich anmerken, dass ich bei 5 Abos aktuell bin? Im Monat. Nix mit 100.000 Abos. Das heißt nix. Kann man schon von Leben. Grüß. Ich betreibe das hier nur als Hobbynummer. So wie dazu. Becker, nein. Aber der war doch schon tot. Lol, was war denn das jetzt? Becker war doch schon tot. Becker hatte festgestellt den Tod. Ja, Becker hat den Tod vorher festgestellt. Ich hab den Tod gerade festgestellt. Aber wo noch ist tot angezeigt? Ja, pass auf, pass auf. Gleiche lag in Waffen. Ich hab jetzt nicht gesehen, wer es war. Ich hab gemeldet. Nebenbei war noch jemand anderes mit dabei. Und als ich dann hier dieses Fenster kam, hier schon, dass gewoltet wurde. In dem Moment kam dann auf einmal der Kill-Modus, dass ich gekillt wurde. Aber ich stehe als Melderin drin. Also, Struppi hat den Kill nicht gemacht und Roller auch nicht. Bulkigkeit, sagt er, war mit Vorona da. Also, das kann passieren. Da hatte ich einen zweiten Postel genau in der Sekunde. Genau, weil sie steht ja noch oben drin. Sie steht ja noch als Leben da eigentlich drin, nur durchgestreut. Wahrscheinlich wird Vorona jetzt nach der Runde als Leiche direkt hier, direkt auf der Cafeteria liegen. Zum Helden. Durchaus möglich. Wahrscheinlich, weil der Kill-Modus, der ist dann nämlich in der Cafeteria passiert. Ja, der Kill wird genau bei uns in dem Kreis mitliegen, wahrscheinlich. Na, werden wir sehen. Sowas hatten wir noch nicht. Ja, klar, ihr wurdet Vorona. Die, die dann tot ist. Alter. Pull Nona. Ja gut, aber wenn ich aber nicht als tot angezeigt werde, woher sein soll? Du hast tot angezeigt. Du hast durchgestrichen. Nein, bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Okay, liegt sie jetzt. Jetzt liegt sie da. Loll. Self-Call, Self-Call. Du musst jetzt nochmal das Problem. Zum dritten Mal, oder was? Zum ersten Mal. War aber echt komisch. Ich hab halt wirklich gemeldet und in dem Moment werde ich gekillt, aber halt in der Cafeteria nach meiner Meldung. Äh, keine Ahnung. Also bist du... Ja, es wird ein Bug gewesen sein, so wie es Struppi schon reingeschrieben hat. Es wird ein Bug gewesen sein. Wie oft bist du jetzt schon gestorben? In dem Game. Ich hab mich drauf geachtet. Das zähle ich nicht mit. Wer sagt, ich doch Bullkite. War ja fast klar. Und das Dennis. Er war auch derjenige, der mich geklärt hat in dem Moment. Und eine Post auf jeden Fall in Höhe 50. Ich hab... Ich hab mich drauf geachtet. Ich hab mich drauf geachtet. Ich hab mich drauf geachtet.